Freunde, Robbe hier, willkommen zurück zu Samo, das war zur ganz besonderen Folge heute in Samo, das war denn heute, endlich ist es soweit, gehen die Light and Dark Schriftrollen auf 13 Stück, 13 Schriftrollen, ihr wisst gar nicht wie oft ich versuchen war, diese 13 Schriftrollen zu öffnen. Und falls einer glaubt, ist doch eh alles gekauft, nein, ist nichts gekauft, alles, free to play, keine einzige Rolle, habe ich irgendwo gekauft, sondern habt sie mir alle erfarmt durch die Events oder was weiß ich und ihr könnt euch vorstellen, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, gefühlt habe ich meine letzte Light and Dark vor einem halben Jahr aufgemacht, das passt auch fast ungefähr, das passt auch fast ungefähr, komm, die beiden haben wir nochmal hier rein, machen wir eben kurz ein bisschen Platz. Das können sie sogar hin, man kriegt eine im Monat durchs tägliche Einloggen, dann bekommt man noch eine im Turm, das heißt zwei pro Monat im Schnitt, keine Ahnung, das sind fünf, sechs, das sind tatsächlich fünf, sechs Monate. Und ich habe vor einem halben Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich die hatte, ey, 70 oder wo bekommen wir die? Oder 80? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, lass mal ganz kurz reingucken, wo wir im Ranking, ne Ranking waren wir auch nicht, Belohnungsinfo wollen wir reingucken. Wo bekommen wir die? 90? Vor einem halben Jahr habe ich noch nie 90 geschafft, das habe ich erst vor ein paar Monaten geschafft. Also 13 Rollen, ich habe echt, ich weiß schon nicht mehr, wann ich die letzte Rolle aufgemacht habe und es, es muss heute blitzen, es muss heute blitzen, wir gehen 0815, auf jeden Fall, mein Channel, 0815, 13 Stück, das ist so krass, 13 Free-to-Play-Rollen. Wollen wir vielleicht vorher irgendwas anderes aufmachen? Ich wollte mir die anderen Rollen eigentlich für das normale Summoning aufbewahren, deswegen will ich eigentlich gar nichts anderes aufmachen, wir müssen eigentlich direkt anfangen mit den Light and Dark. Wir werden jedes Monster uns anschauen, jedes Monster, was wir ziehen, schauen wir uns an, gucken die Skills an und beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, weil ich kenne viele Light and Dark Monster nicht, ich sag mal die Crap Monster, die kenne ich, ich kenne auch Inugami, aber viele Monster kennt man nicht unbedingt und manche sind recht gut, die man vorher vielleicht auch gar nicht so wirklich kannte, deswegen ist es immer wichtig, die Light and Dark noch durchziehen, gerade natürlich, wenn es ein 4-Star ist, dann natürlich auf jeden Fall. So, Aufnahme läuft noch alles, so wie ich sehe, okay, 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 oh shit, bitte, kommt was, halbes Jahr Free-to-Play, gib mir einen Blitz, 13 Rollen, ihr wisst 13 Rollen, bedeutet lange nicht, dass ein Blitz kommt, bedeutet noch lange nicht, dass ein Blitz kommt, okay, oder wollen wir vielleicht erst was anderes aufmachen? Und dann kriege ich hier gleich direkt einen Blitz, dann beiße ich mir den Arsch, dass ich nicht direkt die Light and Dark, nein, wir machen jetzt die Light and Dark noch, okay, wünsche mir Glück, wünsche mir Glück, Leute, oh shit, ich bin aufgeregt, gebt mir was Geiles, Blitz, wenn es nur einmal blitzt, glaube ich, bin ich schon fast zufrieden, please, so, kommt was, kein Blitz, und was ist es? Oh, Tau ist dunkel, da ist ja zumindest, Light ist natürlich mega stark, und Wind ist auch richtig gut, ich habe gesagt, wir gehen rein, wir schauen uns den Tauisten mal an, Amazing CC, wow, okay, das liest sich schon mal gar nicht mehr so schlecht, führt einen unberechenbaren Angriff aus und senkt die Angriffskraft vom Ziel für eine Runde, Diese Angriffe erhöht die Chance vom Ziel für eine Runde einen Streifschutz zu erzielen, wenn diese einen kritischen Treffer hat, also, Angriffskraft, Schwächen und Glancing Hit, wenn du kritischst, das ist schon mal richtig stark, das ist ein richtig, das ist ein extremst starker erster Skill, extremst starker erster Skill, weil zwei Debuffs drauf gehen können, wenn wir auch nochmal kritten. Graft alle Feinde zweimal mit einer Wasserwelle an, jeder Angriff hat eine Chance von 30%, die Angriffsgewinnsschwert vom Ziel für zwei Runden lang zu senken, wenn das Ziel unter diesem Effekt leidet, wird dieser Angriff das Ziel für eine Runde lang betäuben. Also, ja, okay, graft alle Feinde an, aber nur vom Ziel geht die Angriffsgeschwindigkeit runter, ist okay, ist okay, mit Betäuben noch dabei, AOE, und das letzte, betäubt den Feind mit dem höchsten Angriffsbalken für eine Runde, wow, okay, Entfernt schwächende Infekte von dir und stellt 15% HP wieder her, dein Angriffstempo wird erhöht und du stellst zwei Runden lang 15% pro Runde wieder her, what the fuck, betäubt den Feind mit dem höchsten Angriffsbalken, das ist natürlich relativ random, das kann man gar nicht wirklich beeinflussen, aber wenn er als erstes drankommt und wir machen das, betäubt er direkt, das ist schon krass, geheimer Besuch, das ist wirklich, diesen Skill kenne ich von keinem anderen Monster. Ich glaube, der ist wirklich gar nicht schlecht, Wun, Wunhack, der hat viele Debuffs, AOE dabei, Plus-Stun hier auch noch dabei, Safe-Stun auf jeden Fall, was kann der denn, was, was kann der denn, wenn wir den nochmal, wenn wir den hier upgraden? Gucken wir mal, gerade eben, müsste er hier in New sein, Fertigkeiten, so, da geht nur Damage hoch, hier schädliche Effekteartikel hoch, okay, was geht hier noch hoch? Regulation nochmal, wow, 10, 20, 30, ich glaube, der ist gar nicht mal schlecht, ich muss ihn mir nochmal in Ruhe ansehen, aber die Skills scheinen echt interessant zu sein, zumindest schreiben sie auch in den Kommentaren, dass der gar nicht schlecht ist. Okay, der erste scheint schon mal echt nicht schlecht zu sein. Next, Blitz, 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 oh Gott, kommt was, bitte. Oh mein Gott, das meinte ich, warum? Den stelle ich jetzt nicht vor, weil den, der Scrap, der ist einfach scheiße. Oh Mann, kommt was, kommt was, Blitz, 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 fuck. Und, was ist es? Eine Fee. Ich habe gesagt, wir wollen jeden anschauen. Aber die Fee, ganz kurz. Rip, Light and Dark Scroll. Ja, was soll man da noch kurz sagen? Entfernt den Shade-Effekt, das Verbündeten und macht ihn zwei Runden lang unbesiegbar. Der ist gar nicht so schlechter Skill. Habe ich direkt an Katharina gedacht. Kann man auch gebrauchen, falls man keinen hat, der verwundbar und besiegbar macht. Unten Heilung drin. Und Licht-Hurricane mit Betäubung. Der letzte ist gar nicht so schlecht für Katharina, aber ansonsten, okay. Blitz, 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 Blitz. Kann doch, was soll ich machen? Zehn noch. Blitz, Blitz. Blitz doch einfach. Golem. Okay, Golem. Schauen wir uns den Golem an. Eigentlich Golem. Schmerzspiegelung. Reflektiert 15% des erlittenen Schadens zurück zum Angreifer. Das ist, das... Was kann der noch? Greift alle Feinde auf einmal an, fliegt proportional zu deiner Verteidigung Schaden hinzu. Versucht drei Runden lang kohle dich in Schaden. Sollen wir den komplett auf HP bauen? Nein, das war doch irgendein Bullshit. Das war doch irgendein Proportional zu deiner Verteidigung. Dieses Monster habe ich schon mal gezogen. Man soll hier Verteidigung skillen und dann reflektiert er 15% des erlittenen Schadens. Wenn wir aber Verteidigung uns geben, bekommen wir weniger Schaden. Das heißt, er reflektiert auch weniger. Das Monster ist... Ich keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. Blitz, 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 blitz. Fuck. Ah, komm schon. Kampftänzer Licht. Ah, okay. Schauen wir, was du kannst. Kampftänzer Licht. Wasted Light and Dark Troll. Das ist schon wieder. Raised Rip. Das kannst du als Ulti. Greift den Feind anfügen und verspottet das Ziel für zwei Runden. Der Schaden von dieser Fähigkeit wird entsprechend deiner Max-RP steigen. Arena vielleicht. Vielleicht TUA. Attackiert ein Gegner dreimal, die er trefft, hat eine Chance von 20% die Verteidigung zu senken. Rip. Please, blitz. Blitz doch. Kampftänzer. Alter, du machst mich wahnsinnig. Kampftänzer, du machst mich wahnsinnig. Harpy. Harpy Light. Gucken wir uns an. Wow. Da schreiben. Warte mal, die ist doch stark, oder? Hier habe ich doch schon ein paar Mal gesehen. Greifende Feinden mit starken Tritten an, besteht eine, schauen wir mal, 50% die Verteidigung zu schwächen. Das ist schon recht nice. Schleucht Messer scharfe Federn, um mehrere Feinde auf einmal anzugreifen. Okay. Wie viel sind das? Das können wir leider nicht sehen jetzt. Aber das wäre interessant für Nekro vielleicht. Und das Letzte. Füllt den Angriffspalken aller Verbündete um 30% und reduziert drei Runden lang die Chance, kritisch getroffen zu werden. Ich habe dieses Monster doch irgendwo schon mal öfters gesehen. So kann man das gebrauchen. Lass uns mal ganz kurz hier reinschauen, was die Leute schreiben. Review, was für Runen und so weiter. She's super, Supporter. Hm. Schittier wofür? Hat er auch nicht. Daumen nach oben schreiben sie. Sonst nix. Okay. Aber das, okay. Zumindest ist es ein 30% Angriffspalken und drei Runden lang Chance nicht kritisch, beziehungsweise, dass wir kritisch getroffen werden um 50%. Reduziert natürlich. Das ist krass. Ich glaube, in manchen Situationen kann man das Monster gut einsetzen. Wie ist das, wenn ich das buffe und Arman schlägt zu. Arman müsste dann ja relativ oft nicht, beziehungsweise genau zu 50% nicht kritten, dann heilt er auch nicht. Ich habe das Vieh schon oft gesehen. Ich habe das Vieh schon oft gesehen. Aber ich will jetzt einen Blitz. Blitz, 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 Blitz. Oh. Boah. Oh Gott. Im Champion. Wollen wir uns den angucken? Schauen wir uns den letzten an. Greift den Fight fünfmal an, indem ein Speer geworfen wird und fügt drei Runden lang mit einer Chance von 30% pro Angriff, konnte ich einen Schaden zu. Okay. Fünf Hits ist krass. Durchbohrt den Feind mit einem Speer und fliegt Propitial zu seiner Max AP Schaden zu und stürme mit einem Speer in Richtung Feind. Erhöht die Angriffskraft zwei Runde lang. Wenn man einen kritischen Treffer landet. Fünf Hits ist gar nicht mal so schlecht. Konnte ich einen Schaden eigentlich auch nicht, aber wir wollen Blitze, Blitze, Blitz, 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 Blitz. Ich bin voll am Quengeln, oder? Aber ohne Scheiß, wenn ihr ein halbes, ich fühl doch mit mir mit, bitte sagt, dass ihr mit mir mit für ein halbes Jahr gespart habt und es kommt kein Blitz jetzt. Es kommt gleich noch ein Blitz. Marshal Cat Sind die eigene HP niedriger als die des Feindes, fügen deine Angriffe zusätzlichen Schaden und professionell zu eigenem Max AP zu. Haut das doll rein. Hüllt die kritische Rate zwei Runden lang und regeneriert bei einem Angriff mit einem Gegenangriff. Reagiert mit einem Gegenangriff. Der Angriffsbiken wird um 50% erhöht. Das klingt nice eigentlich. Ich weiß aber, das ist auch nicht so, was man haben will, ne? Man will Blitze, Blitze, Blitz, 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 Blitz. Der ist food. Der ist food. Erhöht die Verteidung um 50% und regeneriert die HP um 20%. des vom Feind zugefügten Schadens. Nein. Blitz, 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 Blitz. Fuck you. Come to us, Alter. Kurierheil. Reiniert 30% der HP und 50% des Angriffsbalkens, wenn du einen Feind tötest. Ist das vielleicht ein schneller Farmer? Ich weiß es nicht. Drei nur noch. Blitz. Blitz doch. Blitz doch. Blitz doch, Scheiß. Come to us. Scheiß. Was ist das? Schon wieder das Gleiche. Boah. Frankenstein. Frankenstein. Dark. Best. Ich glaube nicht. Dein Schaden steigt abhängig von der Zahl von der Zahl Angriffe, die du erlitten hast. Der gesteigerte Schaden wird zurückgesetzt, sobald du einen Gegner attackierst. Also wenn ich oft gehittet werde, haue ich danach Dollar rein. Ein Marken ist das Gebrüllen, das den Feind mit 50% Chance eine Runde lang provoziert. Leute. Letzte Rolle. Letzte Rolle. Halbes Jahr sparen. Free to play. Kein Blitz. RIP. Die ist gar nicht so übel, glaube ich. Beschwört einen Kometen, der alle Feinde mehrfach attackiert und spricht für zwei Runden einen Seelenschutz über den Verbündeten mit dem DxNP-Anteil aus. Stiebt der Verbündete in dieser Zeit, wird er mit 30% wiederbelebt. Er ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das ist so extrem bitter. Extrem bitter. Immer noch keine Blitze. Ohne Scheiß, Kamptoas, ist das wirklich dein Ernst, Alter? Ist das dein Ernst? Schon nix. 13 Light and Dark. 13 Light and Dark. Nix. Kein Lightning, nix. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsspruch jetzt bei Kamptoas. Kein Lightning, nix. Kamptoas. Ich nenne dich um. Das ist sowas von krass. Ganz ehrlich, wie soll man wie soll man wie soll man als Free-to-Play irgendwie überhaupt mal ein Four-Star Light and Dark kommen. Schweige Five-Stars. Wie soll das gehen? Das ist so, das ist so, das ist einfach nur überdämlich. So macht das Spiel doch keinen Spaß. Was soll das? Andere sagen, ja, du hast Pech. Okay, ich hatte Pech. Aber so ein krasses, so ein Pech, das sollte er doch nicht zulassen. Da müsste doch, da müsste doch irgendein Algorithmus eingebaut werden, dass man sagt, okay, ab 10, wenn du 10 Light and Dark irgendwie weg hast oder so, ich weiß nicht, dann kriegst du unbedingt einmal Blitzwehen mindestens oder irgendwas. Weil das ist doch einfach nur extremster, extremer Müll. Wie viele Rollen habe ich schon aufgemacht? Hurensöhne, wirklich, was ist das? Ich hatte wie viele, ich hatte 17 von denen noch. Ich hatte noch 17 von denen. Was soll das? Was ist? Solche, ohne Scheiß, sorry, aber solche Wichser, oh, was soll das? Ich, normalerweise, sorry, dass ich echt, äh, mega am fluchen bin, aber was soll sowas? Yo! Und? Forza. Bomber. Schon habe. Echt, Kampter, das war echt, also das ist ganz ehrlich, Leute, das macht echt so keinen Spaß, das macht echt so gar keinen Spaß. Halbes Jahr gespart, ich weiß, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, Kopf hoch, Robbe und so weiter, aber wenn ihr ein halbes Jahr gespart habt, ich habe noch nie, noch nie, in Light in the Dark irgendwie einen Blitz gehabt, das ist ja, und die Spieler spielen jeden Tag, Stunden, Stunden, oder momentan jetzt gerade nicht mehr, habe ich ja gesagt, aber Stunden gespielt, jeden Tag, über ein halbes Jahr, schon keine Ahnung, schon fast ein Jahr, wie würde ich gerade, wo ich mal gucke, dreiviertel Jahr sogar, ich ein Light in the Dark Blitz. Da weiß ich echt nicht, was ich dazu sagen soll, tatsächlich. Das ist so krass, das ist man, da ist man ja schon gezwungen, Kohle reinzuhauen, selbst mit Kohle, überlegen, wie viel kosten 13 Light in the Dark heulen. Ich weiß, ich will mir das auch nicht ausreden, aber das ist sehr viel Geld, Kamtwas, und das ist echt irgendwie Kacke, das ist echt Kacke. Aber trotzdem, ich verliere nicht mein Lachen, jetzt, ich versuche, ich versuche jetzt in Ruhe gleich Pen zu gehen, und noch ein bisschen über Kamtwas zu fluchen, ich schaffe es auch ohne, ich schaffe es auch ohne Kamtwas, ich werde es dir zeigen. Freunde, wenn es euch trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat, bitte, gebt mir den Daumen, das ist das Einzige, wie ihr mich jetzt aufmuntern könnt. Teilt das Video, keine Ahnung, ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, es geht weiter, es geht weiter. Ich bin zwar jetzt am Boden, aber morgen eine Nacht überschlafen ist alles schon wieder fast übermorgen, übermorgen ist alles schon wieder gut. Vielleicht, vielleicht kamt was. Drecksschweine. So, wir sehen uns. Ciao.